Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freizeitstattigen da draußen hier zurück zu Victoria 3 mit Württemberg. Wir sind immer noch dabei, gerade eben hier so unsere Möglichkeiten auszutaxieren. Ich arbeite immer noch daran, die Beziehungen zwischen mir und Hohenzollern zu beschädigen. Und ich glaube, dass ich aufhören sollte, die Beziehungen zwischen mir und Preußen zu verbessern. Vielleicht sollte ich jetzt hier sogar offiziell hergehen und eine Rivalität kundtun. Ja, betrachte mich jetzt hier ganz, ganz klar als Rivale von Preußen an dieser Stelle. Ganz, ganz klar, Freunde. Denn es ist klar, dass wir Hohenzollern brauchen. Mit Frankreich will ich mich nicht anlegen. Frankreich ist einfach viel zu mächtig und auch für uns gut. Und da haben wir auch noch den Pan-Nationalismus. Also theoretisch könnten wir jetzt sogar schon die Sache mit Deutschland angehen. Aber dafür fehlt uns halt einfach noch dieses kleine Quäntchen da, ne? So, wir holen uns jetzt hier die Gattling-Geschütze für die Armeedefensive. Und hier sehen wir jetzt hier, wir haben hier Verwüstung. Okay, ganz schön verwüstet hier das alles. Ja, also Sachsen hat so seine Probleme, ne? Sagen wir es mal so. Was ist denn hier passiert? Die sind ja ganz schön durcheinander hier. Minus 29. Hm. Also Preußen krallt sich hier gerade immer mehr. Vielleicht muss ich irgendwann mal hergehen. Ja, ich mache noch einen Verteidigungspakt mit Frankfurt. Ich versuche sie jetzt einfach zu retten. Wer weiß. Boah, endlich geht das so runter hier. So, Frankfurt hat den Verteidigungspakt angenommen. Das ist gut. Was Preußen da oben macht, ist nicht so gut. Komaten ausweisen, aufhören, Beziehungen zu beschädigen. Nein, ich werde nicht aufhören, die Beziehungen zu beschädigen hier. Beziehungen mit hohen Zollern beschädigen. Die sind leider halt zu herzlich. Ich hatte halt echt gehofft, dass sie rausbrechen, ne? Aber ich glaube, es geht nicht ohne militärische Intervention. Wir müssen das militärisch lösen, das Problem. Denen fehlt immer noch Zucker. Sag mal, wie viel Zucker wollt ihr denn noch? Wisst ihr nicht, dass das ungesund ist? Okay, anscheinend wissen sie das nicht. Aber das ist ihnen völlig egal. Also ich mache jetzt erstmal die Weizenfelder. Währenddessen wir jetzt hier noch mehr Holz machen. Hat sich die Holzsituation inzwischen in unserem Gebiet gebessert. Es fehlen immer noch tausende Holz. Tausende. Dann mache sich das mal klar. Wer kauft denn bei uns so viel Holz? Also ich glaube, irgendjemand kauft bei uns Holz. Das ist klar, die Frage ist bloß wer. Muss man gerade mal gucken. Wer kauft denn bei uns Holz? Ich mache auf jeden Fall mal Exportzölle auf Holz. Nur mal auf Nummer sicher zu gehen. Die SDP hat sich gegründet. Die können nicht mal SPD schreiben. Wohin soll das führen? Wahrscheinlich ist es die Sozialistische Deutsche Partei oder sowas in der Art. Und die sind sehr unzufrieden, wie wir gerade eben sehen können. Die sind jetzt da. Oh, sehr gut. Wir haben wieder ein bisschen mehr Legitimität. Vakuumierung ist da. Lebensmittelfabriken können nun vakuumieren. Ich schaue mal gerade eben, ob das was bringt. Vakuumieren. Ne, dafür brauchen wir Öl. Das alte Ölproblem ist wieder da. Da bin ich ja sehr gespannt, wie das gelöst wurde. Das könnte noch eine Diskussion werden. Mit dem Öl. Ich sage es euch. Ja, immerhin sinkt das Problem jetzt hier mal gerade eben. Also wie gesagt, wir machen jetzt einfach noch mehr Zucker hier, ne? Zucker, Zucker, Zucker. Hier machen wir immer noch sehr viel Wein. Das Krasse ist, dass halt der Wein so geil ankommt. Achso, es ist ja der Oberhammer, wie der Wein hier ankommt. Es macht absolut Sinn, noch mehr Wein zu produzieren. Noch mehr Futter, aber soll's. Aber wir machen übrigens wieder Plus, ne? Müssen uns keine Sorgen gerade eben machen. Über irgendwelche Entwicklungen. Als nächstes kommt jetzt ja auch gleich die Regierungsverwaltung dran. Dann schauen wir mal. Oh, Essen greift immer weiter um sich. Sachsen. Demütigen. Da wäre Braunschweig und Hohenzollern dabei. Preußen hat 200. Österreich hat 300. Hessen, Kassel können sich dem Feind anschließen. Also wir werden auf jeden Fall noch ordentlich Stress mit Preußen bekommen, ne? Davon können wir ausgehen. Aber es muss ja nicht sofort sein. Mit Frankreich habe ich zu gute Beziehungen um den, äh, Le France wegzunehmen. Außerdem sind sie Platz 3. Und ihr Militär ist noch viel größer. Boah, das geht endlich runter. Und das hier auch. Panzerschiffe. Wie, wie, wie interessant. Es gibt also Schiffe. Ähm, die Munitionsfabriken hier. Ach, jetzt auf einmal brauchen wir nicht noch mehr Munition oder was? Wie kam denn das zustande? Ich glaube, bei uns wurde krass eingekauft, ne? Das ist das Ding, glaube ich. Es wurde ganz, ganz krass eingekauft. Und das Thema ist jetzt halt durch Möbelfabriken. Ne, bringt nichts. Stahl. Was der willst du in diesem Land hier? Stahl ist immer zu wenig. Immer. Ja, jetzt haben wir wieder das Ding mit der Regierungsverwaltung. Deswegen gibt es hier auf einmal nicht mehr so viel Investmentfonds. Das muss alles der Start-Berappeln. Die antialkoholische Politik einer Partei der Fortschrittspartei schadet ihren Erfolgsaussichten bei der Wahl. Da durstige Wähler in Scharen zu einer anderen Partei der SDP strömen. In der Hoffnung, dass ein Regierungswechsel auch die Politik der Mäßigung im Land ein Ende setzen wird. Äh. Ich muss mal gerade mal gucken, wer nochmal die Fortschrittspartei war. Die ist, glaube ich, gerade an der Macht. Tja, die sind gerade sehr unzufrieden. Die sorgen dafür, dass die Arbeitnehmer sehr unzufrieden sind. Die sind für Eigentumsrecht. Für Migrationskontrollen. Sie sind dagegen, dass es keine Sozialhilfe. Sie sind dagegen, dass es Kinderarbeit gibt. Sie sind gegen kein Gesundheitssystem. Sie sind gegen Kopfsteuern. Sie billigen Interventionismus. Äh. Ich will denen das Momentum nicht wegnehmen. So, wie sieht es eigentlich mit Gesetzen aus? Zensur. Ne, Versammlungsfreiheit hat zu wenig Unterstützung. Keine Sozialhilfe. Das Armengesetz. Kann ich mir beim besten Willen nicht leisten. Migrationskontrolle lassen wir. Kein Gesundheitssystem. Private Krankenversicherung. Komm, wir diskutieren mal die private Krankenversicherung. Hauptsache, es gibt mal eine. Lasst uns das mal diskutieren. Mhm. Bayern und Württembergisch Rheinland haben beide einen niedrigen Marktzugriff. Es hört nicht auf. Okay. Wird Zeit für Eisenbahnen. Wie weit sind wir hier? Eine Eisenbahn könnte reichen. Äh. Ich versuche jetzt den hier auch mal zu inkorporieren. Das wird fünf Jahre dauern. Ähm. Papierfabriken. Ne, 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 ne. Wir machen direkt zwei jetzt davon. Also, ich muss jetzt hier endlich mal die Staaten inkorporieren. Sonst wird das alles ziemlich doof. Und da ist eine Wahl gekommen. Eieieiei. Die Fortschrittsparte hat 73% das Stimmen bekommen. Okay, ich muss mal gerade mal gucken. Das hier ist das beste Ergebnis, das wir wählen können. Die anderen sind kacke. Ufts. Industrielle und Intellektuelle zusammen. Besser wird's nicht. Niemand hat gesagt, dass Demokratie einfach wäre. Wir schauen mal ganz, ganz kurz jetzt hier mal auf die Diplomatie-Linse. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass ich hier... Zu unserer Zollunion wechseln. Null. Geil. Schuldenübernahme. Sachsen. Würden sie aber nicht annehmen. Handelsverträge. Vereinigte Staaten. Aber das bringt mir doch gar nichts. Das ist echt witzig, dass es überhaupt da drin ist, ne? Bündnis. Ja, mit Österreich haben wir ja. Okay, Diplomatie-Spiele. Mhm. Es ist total wild, dass die hier überhaupt nirgendswo drin vorkommen. Ja, die sind immer noch vorsichtig uns gegenüber. Will ich die Diplomaten ausweisen? Ne, will ich nicht. Ich warte immer noch nur darauf, dass ich endlich hier losschlagen kann. Kann aber einfach noch ein bisschen dauern. Ähm. Also wie gesagt, wir bauen jetzt ja gerade eben zwei Regierungsverwaltungen nochmal rein. Adolf Kratzeisen, der Ober-, das Oberhaupt der Intellektuellen, hat genug von den Kompromissen mit den Koalitionspartnern. Er verlangt nun, dass seine Kollaborateure seinen Befehlen folgen. Andernfalls muss seine Interessengruppe den Änderungen niemals zustimmen. Ja, das ist ziemlich dumm von dir gewesen. Ja, das, dann hast du, dann haben wir halt weniger Zustimmung von ihm. Irgendwas ist ja immer. Also, kaum hat er Macht und schon dreht er durch, oder was, oder wie? Dummerweise wird er aber auch geliebt. Er wird halt auch geliebt. Das macht es für uns nicht einfacher. Also, die Regierungsverwaltung ist jetzt hier gleich durch. Ich habe noch mehr Regierungsverwaltungen, die ich jetzt hier übrigens bauen kann und auch sollte. Hier in Württemberg, hier nochmal eine in Baden. Und schon werden Leute jetzt hier eingestellt. So, übrigens, jetzt machen wir hier säkuläre Verwaltung. Ich will jetzt überall säkuläre Verwaltung machen. Moment. Da kann ich nichts machen. Die habe ich absichtlich so getrennt. Die habe ich auch absichtlich alle so getrennt. Die Maschinen, nee, das bringt mir nichts. Handnäherarbeit bringt mir nichts. Wo? Hier, die Regierungsverwaltung. Säkular. So. Und Standard. Oh, jetzt sind wir noch nicht mehr im Minus. Sehr gut. Universitäten, alle mal bitte auf die Philosophie wechseln. Säkuläre Akademiker. Kunsthochschulen. Alles unabhängige Künstler. Und im Realismus verankert. Gaslaternen auf jeden Fall. Freikirchen. Gut. Ich hoffe, das hat es hier weiter geholfen. 27,3. Also immerhin ist das Problem jetzt hier weg, ne? Wir sind jetzt hier immer noch dabei, das zu inkorporieren. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir Bayern noch inkorporieren können. Machen wir jetzt mal. Da die Rufe nach einer Art Gesundheitswesen immer lauter werden, stellen viele in Frage, woher das Geld für ein solches neues System kommen soll. Manche haben vorgeschlagen, dass wir es einfach aus dem Steuertopf nehmen. Wohingegen andere darauf bestehen, dass die Regierung die Kosten irgendwie anders decken muss. Das ist sehr viel Geld, was dann hier hops geht. Die Regierung soll die Kosten decken. Boah, nee, das machen wir nicht. Nee, nee, nee. Machen wir die 10%. Das muss reichen. Das sind halt einfach wieder so absurde Summen. Absurdeste Summen. Hier müssen auch nochmal zwei Regierungsverwaltungen schnell rein. Damit das hier ausgeglichen wird. Puh. Kronzollern-Beziehungen sind nun neutral. Jetzt kann ich auch die Klientel... Ich kann doch einfach Staat erobern machen. Zusammen mit Österreich, ja. Zusammen mit Österreich dürfte das klappen. Preuzen ist da dann mit dabei. Kriegsziel hinzufügen. Vereinigungsführung. Ein anderes Land zwängt seine Ambitionen aufzugeben, eine Nation zu vereinen. Ja, ich verlange dann auch im gleichen Zug, dass sie aufhören, die deutsche Führung zu machen. Und ich verlange Kriegsreparationen. Verlange es eine Menge von ihnen, ich weiß. Alle Generäle mobilisieren. Steuern hoch. Nur für den Kriegsfall. Ich gehe jetzt mal nur leicht nach oben. So, wir haben hier eine Front. Da gehe ich mit der kleinen Armee hin. Die können da hin. Ihr geht da hin. Preußen hat jetzt Rivalität erklärt. Das haben sie ja früh gemerkt. Und so wie es aussieht, interessiert das kein anderes Land. Verunsichert. Preußen ist verunsichert. Ich werde sogar jetzt meine Wehrpflichtigen reinballern. Hauptsächlich die von Württemberg, weil da haben wir eine Menge. Einfach um klar zu machen, ey, wir sind viele. Oh, dann werde ich nochmal einen weiteren General rekrutieren. Und zwar aus Süddeutschland. Forscher, Hedonist, nein, Nachschub. Hartnäckig. Ich nehme ihn hier. Mobilisieren. Hier in die Defensive stellen. Russland stellt sich auf die Seite Preußens. Okay, das macht ein paar Dinge interessanter. Das macht ein paar Sachen interessanter. Das heißt also, dass dieser Krieg wird groß. Ja, jetzt muss ich in die Italien hochschrauben. Das hier ein bisschen runter. Armee macht Projektion nach oben. Wir machen nochmal eine Steuer. Für Dienstleistungen wieder rein. Für die 11.000. Muss jetzt sein. Okay, also wie gesagt, wenn die da mitmachen, ne, dann muss ich einfach alles rekrutieren. Alles. Tja, Russland bringt es wohl zur Eskalation hier. Jetzt sind sie zuversichtlich. Das ist uncool. Hm. Wie sieht es eigentlich mit den Waffen aus? Munition und so. Ist jetzt teuer. Kann ich direkt schon mal vorschieben. Ich mach, ich guck mal, wie sieht es insgesamt mit den Waffen aus? Angeblich gerade eben noch günstig. Gerade eben noch. Das ist eine Menge Truppen jetzt hier am Start. Mehr Investition in Sozialhilfe. Okay. Kann gut sein, dass das jetzt hier... Aber das mit Russland ist jetzt echt, echt super unnötig gewesen, ne? Aber was sollst du machen? Gut, also. Geschwindigkeit runter, der Krieg kommt. Wir werden nun Krieg um dieses kleine Hohenzollern hier führen. Einen riesigen. Zu den Waffen. Da oben rücken sie nicht vor. Hier rücken sie anscheinend vor. Da kann man noch nicht sagen, wohin es geht. Hier rücken wir vor. Ja, also Hohenzollern wird auf jeden Fall genommen. Also den Teil schaffen wir auf jeden Fall spielend. Jetzt versuchen sie es hier. Was ist jetzt mit dem einen General, der jetzt hier nichts mehr tut? Wo ist der jetzt hingegangen? Verteidigt Pommern, verteidigt Rheinland. Offensive Rheinland. Okay. Ja, also, wir haben aber, so wie es aussieht, überall einen leichten Vorteil. Einen leichten Vorteil wir haben. Pragmatische Mitglieder der Interessensgruppe Gewerkschafter, die die Verabschiedung des Gesetzes, private Krankenversicherung, selbst und kritische gegenüberstehen, haben angeboten, ihre Haltung zu ändern. Was die Industriellen nicht gut finden. Wie steht es denn um die Industriellen? Ist mir das Gesetz so wichtig. Ja, aber das können wir machen. Minus drei können wir ertragen. Das können wir ertragen. Tja, hier haben wir jetzt leider die Österreicher verkackt. Hier verkacken die Preußen. Also, wir haben auf jeden Fall das, was wir schon mal haben. Hohenzollern erobern. Das ist eigentlich das Ding, was mir wichtig ist. Alles andere ist nicht ganz so wichtig. Die knüppeln wir, so wie es aussieht, die Preußen nochmal zurück. Das Gute ist, in der Defensive stehen ist ja immer von Vorteil. Und hier haben wir die Preußen auch geknüppelt. Ich kann gerade eben nur schwer sagen, wie es halt insgesamt aussieht. Auch hier knüppeln wir sie, wie gesagt. Ja, okay. Die Verluste Preußen sind aber auch gewaltig viel höher als unsere. Ich glaube, das sieht gut aus. Ich weiß noch nicht, wie es mit Österreich aussieht. Sucht Österreich hier anzugreifen? Ich glaube ja, Österreich versucht hier anzugreifen. Muss ich gerade mal gucken, irgendwelche... Ja genau, wir haben jetzt zu wenig Papier. Papier ist jetzt ein Problem. Kann ich Papier importieren? Und Frankreich, ja. Ich importiere immer 150 Papier aus Frankreich. Das wird hoffentlich ein oder zwei Probleme lösen. Papierfabriken, da fehlt jetzt Schwefel. Ich muss auch Schwefel importieren. Aus dem französischen Markt. Also ich versuche jetzt hier quasi der neue Leader von Deutschland zu werden. Oh. Bin ich da gerade Angreifer? Bin mir gerade eben nicht ganz sicher. Ja, ich bin hier gerade Angreifer und deswegen verkacke ich da gerade eben auch. Ich sollte hier mich nur noch in die Defensive stellen. Angreifen, keine gute Idee. Sie müssen das Dinge befreien. Nicht wir, wir haben's. Scheiße, dass da Frankreich nicht mitmachen wollte. Das ärgert mich gerade eben. Ja, wie gesagt, das war jetzt ein unnötiger Lose hier. Na komm. Beendet eure fragwürdige Schlacht. Also, wir gehen hier in die Defensive. Bleiben jetzt einfach hier in der Defensive stehen. Da hauen wir sie gerade wieder zurück. Die Lust am Krieg vergeht ihnen. Vor allem Preußen schon. Wir haben insgesamt ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Also wie gesagt, hohen Zollern erobern ist das Mindeste. Der Rest müssen wir gucken, ob wir das durchgesetzt bekommen. Das ist halt ein Kampf, der halt krass auf Augenhöhe hier stattfindet, ne. Da macht halt keiner mit, weil ich halt selber eine Großmacht bin, glaube ich. Das ist das Ding. Deswegen fühlt sich da kein anderer zuständig. Jetzt muss ich mal gerade mal schauen, wie es ums Militär steht. Oh, warte mal. Hier, eine Statue von König Karl von Württemberg wurde in Auftrag gegründet. Mitten im Krieg. Super Timing. Und hat uns vorgeschlagen, es in Baden aufzustellen. Ne, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wie sieht es aus mit der Munition? Munition ist knapp, wie wir gerade eben sehen. In sechs Wochen könnte sich das ändern. Waffen sind immer noch günstig. Spannend. Also die Eisenbahn ist gleich fertig in Bayern. Munitionsfabrik wird halt noch wichtig. Hier findet gar kein Kampf mehr statt. Wir wollen sie gar nicht mehr angreifen. Oh, hier greift jetzt Österreich an. So wie es aussieht, sogar mit Erfolg. Okay, das ist genial. Hier ist, äh, gegen Russland ist Österreich klar im Vorteil. Gegen Preußen? Not so much. Eieiei. Wow, was ist denn das hier für ein Push? Von Russland. Wenn wir halt hier, äh, vorrücken würden, ne? Wir würden halt dafür sorgen, dass Preußen hier mittelfristig verliert. Im Sinne von, dass sie dann halt komplett weg sind. Auf dieser Seite. Und dann würden sie diese Armeen alle nicht mehr haben und wir könnten unsere verlegen. Aber die Kriegsbegeisterung Preußens sinkt sowieso schon. Ich bin ernsthaft am überlegen, ob ich jetzt vielleicht doch die Offensive suchen soll. So, wir haben die Gesetzeshüter wieder erhöht. Also wir sind jetzt hier definitiv auch in der Offensive. Jetzt erst mal wieder im Nachteil. Warum weiß ich nicht. Da war ein Sieg. Das war gut. Jetzt haben sie wieder mehr Truppen. Jetzt kommen sie wieder. Greifen uns an. Oh, da sind Russen. Wo kommen diese Russen her? Wie kommen die da hin? Okay, also die russische Armee, wie ihr seht, die, ähm, ja, russische Armee. Und der ist nicht so viel zu erwarten. Auch hier gewinnen wir. Was haben wir hier? Landwirte in Bayern haben die Regierung appelliert, weil sie von ihnen verwendeten Werkzeuge so gefährlich sind. Sie möchten eine Art von Gesundheitswesen, um ihr Leid zu mindern. Tja, konzentrieren wir uns auf den, auf den Ausbau des Gesundheitswesens. 40% Erlass-Erfolg-Chance. Ne, ich komme die 10%. Ich will keine weiteren Sterblichkeiten. Sterblichkeiten sind für uns nicht gut. Ist jetzt endlich die Munitionsfabrik fertig? Ja, sie ist fertig. Und Munition ist immer noch teuer, aber nicht mehr super knapp. Ich mache noch mehr Munition. Weil wenn jetzt die Munition nicht mehr super knapp ist, haben wir auch keinen Malus mehr. Oh, sehr gut. Wieder ein Sieg. Sieht gut für uns aus. Was? Nur Russland hat noch einen höheren Kriegswillen als wir anderen. Ausgerechnet nur Russland. Ist da jetzt schon wieder los. Okay, hier klappt der Angriff nicht. Ne, wir bleiben in der Defensive stehen. Wir bleiben ganz klar in der Defensive stehen. Das ist keine gute Idee. In der Defensive sind wir stark und können sie zermürben. Österreich verkackt hier. Österreich verkackt ganz, ganz klar. Okay, Leute. An der Stelle machen wir mal einen Cut nach dieser Schlacht hier. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Dieser Krieg hier ist sehr, sehr wegweisend und sehr, sehr knapp. Und, äh, wir sind ein bisschen in Gottes Hand, wie man so schön sagt, in dieser Situation, ne? Weil wir dagegen nicht viel tun können. Was jetzt hier gerade eben passiert. Wir können nur damit leben, wie er ausgeht. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Autschen. Tschüss und Ade.